Auf die Plätze, fertig, los! Die Plätze, fertig, los! Ja, schwerer als gedacht, hatte ich nicht so erwartet. Das erste Duell der Aufsteiger in dieser Saison geht also an den Tusem Essen, der unsere Club-Challenge-Wertung mit acht Treffern anführt. Konstantin Poltrum muss sich mit seinen vier Treffern für den HST Coburg dahinter einreihen. Das erste Duell der Aufsteiger in dieser Saison geht also an den Tusem Essen. Das erste Duell der Aufsteiger in dieser Saison geht also an den Tusem Essen. Das erste Duell der Aufsteiger in dieser Saison geht also an den Tusem Essen.